Hallo Freunde der Nacht, willkommen zur dritten Aufnahme dieses Levels. Es ist jedes Mal irgendwie ein Problem bei der Aufnahme gewesen, deswegen gehen wir jetzt so schnell wie möglich durch Map19 Shipping Respawning. Willkommen Raketenschießer. Oh Gott. Fängt ja super an. Zack. Keiner da. Oh. Oh. Ich sollte für diese Gegend lieber das nehmen. So, dann speichern wir mal. Oh. Nicht gut. Damit hätten wir es größtenteils, oder? Na, ich hoffe es doch. Herr damit, ich beobachte jetzt die ganze Zeit die Aufnahme. Beim ersten Mal habe ich es nicht gecheckt, dass nach ungefähr einer Minute zwölf einfach die Aufnahmestoppen stehen geblieben ist. Jetzt beobachte ich das immer mal wieder. So, wir sind hier durch. Hoffe ich mal. Ja. Wir sind relativ fit. Dann, naja, ich habe vorher nicht durch diese Teleporter geguckt. Dann tue ich das jetzt nämlich mal. Hier ist das BFG-Money. Nichts. Oh. Danke. Eine vollkommen sinnlose Teleporter-Einrichtung. Man gönnt sich ja sonst nichts. Hallo. Habe ich da noch einen übersehen, ne? So, give me that. Dann sind wir auf dem weiteren Weg. Hier steht übrigens, wenn man ein besseres Texturen-Ding drauf hätte, Romero. Denke ich mal. Oder? Muss man das erst... Ich weiß es nicht. Irgendwie sollte da Romero dran stehen. Zack. So, die nächsten. Eins. Wo ist der Zweite? Hallo? Hallo? Ich höre... Ah, da. Okay. Wie ich da hochkomme, weiß ich jetzt leider noch nicht. Allerdings möchte ich nach unten. Nehmen wir mal den hier. Das will ich jetzt ausprobieren. Zack. 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 Mist. Soviel dazu. Okay. Hier gibt es sonst nichts mehr zu holen. Dann bleibt uns das hier übrig. Alles klar. Zack. 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 Mist. Du auch noch. Und die zwei hier von der Tankstelle. So. An dir vorbei. Oder auch nicht. So. Mich bei den Imps gerecht. Hm. Offenbar liegt es daran, dass ich... Ich wollte vorhin mein Mikro via... WS-RP... Ups. Aufnehmen. Und da ist es anscheinend immer nach einer Minute zwölf verreckt. Mit... Ups. Hm. Mit Direct Sound-RP geht das anscheinend. So. Munition. Ein Teleporter, den wir tatsächlich brauchen. Aber ich brauche erst noch was anderes hier. Da war es. Danke für den goldenen Schlüssel. Ähm. Wir wollen uns tatsächlich nochmal zurück teleportieren. Der Teleporter führt uns nämlich wieder... Flupp hier an den Eingang. Ihr kennt das. Ah. Falsche Richtung. Ich möchte nämlich da hinter. Und mir die zwei abholen. Haben wir da drin vielleicht noch was? Man könnte ja... Was finden. Leider keine Health-Kids mehr. In Ordnung. Dann... Dann... Okay, da gibt's... Oh, wir könnten mal schauen. Ne. Die Rüstung bleibt da hinten oben. Ah. Ah. So. Nächster Weg. Hier rein. Hallo. Jo. Und... Ich komme mir schon vor wie ein Speedrunner. Allerdings fehlt mir ein bisschen das Können für solche Speedruns. Wie man sieht. Gut. Jetzt haben wir die blaue Schlüsselkarte. Mit der blauen Schlüsselkarte lässt sich das hier öffnen. Ab hier fängt das Level vollkommen an abzudrehen und keinen Spaß mehr zu machen. So. Nach oben. Durchgefeuert. Und rückwärts gegangen. Hallo. Oh. Na, hinter mir ist noch einer so in den. Biberkacke. Wie regelt sich das jetzt? So. Reingehen. Ah. Die haben es gesehen. Cool bleiben. Die kommen alle noch. So. Und jetzt erstmal schön reinhalten. Zu viele Pinkies. Ah. Von da ist keiner. Die wackeln alle hier noch rum. So. Hinten kamen die Nächsten. Geh nochmal zurück. Ich will einen halbwegs sicheren Speicher haben. Jawohl. So. Hoch und die anderen beiden hier runter geholt. Das war es jetzt. Im Großen und Ganzen hier drin. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen aufräumen. Na komm. So. Alles andere hier ist eigentlich nur noch Kleinvieh. Bis auf einer. Und zwar. Runter hier. Und zwar der hier. Naja. Lohn der Mühe waren, wie man sieht. Ein bisschen Lebensenergie. So. Dann machen wir das Ganze gleich nochmal. Diesmal springen wir nicht runter, sondern... Hier rüber. Unten werden noch einige... Ja genau. Über den Hörzi. Noch einige davon rumeiern. Ich brauche aber das da. So. Die feuern. Jawohl. Kommt her. Ach. So nicht. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah. Zwei. Okay. Die Aufnahme läuft immer noch. Ich hoffe auch richtig. So. Tai Haltermanns Level. Nächster Abschnitt. Oh. Äh. Das war nicht so geplant. Wir wollen hier noch drüber. Kann man das... Ich denke von dieser Seite aus müsste man auch da rüber kommen. Schauen wir mal. Kann man hier? Nein. So. Nö. Na gut. Gehen wir mal da rein. Nichts. Hätten wir da drauf springen können? Vielleicht da rüber? Nee. So. Was haben wir hier? Nicht in die Teleporter gehen. Was haben wir denn hier? Ich will nicht wissen, was das macht. Und jetzt? Rote Schlüsselkarte. Kann man das nochmal drücken? Nein. Und was hat das wohl gemacht? Na gut. Hallo. Oh mein. Kacko-Dämonen sind doch irgendwie selten geworden. Ab dem 2. Ach, da muss man ja immer hier. Hä? Kommt hinter uns was? Noch einer? Wo? Ah. So, na gut. Da drin befindet sich die rote Karte. Hey, wie süß. Haben wir es hier? Ja. Und jetzt? Naja. Sieht jetzt nicht so glaubhaft aus hier. Schauen wir mal. Was macht das hier? Was ist denn hier? Ich möchte das haben. Wo muss man da was drücken? Hä? Wo kommst denn du her? Sag bitte nicht, da ist irgendwo ein... Oh mein Gott. Bitte. Nein. Ich hab ja übersehen natürlich. So. So. Da geht's irgendwie hoch. Wie konnte man sich das krallen? Das weiß ich leider nicht mehr. Hier vielleicht? Hier vielleicht? Hier vielleicht? Hier vielleicht? Hier vielleicht? Oh. Ah. Oh. Hallo. Lächerlich. Okay. Dann müssen wir irgendwo hier einen Hebel dafür drücken. Das da? So. Jetzt mach ich's einmal und schau was passiert. Denn normalerweise teleportieren sie hier, wie man sieht, einfach nur Biester rein. Na toll. Ja. Also das ist einfach nur so ein komisches Kimmik-Ende für Leute, die UV-Max haben wollen. Ich will das nicht. Ich hab da keinen Bock, die ganzen Gegner zu töten. Aber euch will ich töten. So. So. Haben wir das? Du stehst natürlich auch super. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ach du Scheiße. Plan B. Okay. So. Wie mach ich den jetzt? Nehmen wir rechts, Raketenwerfen und links. Geht doch. Okay. Wie viele Gegner fehlen? Ungefähr 40. Nein. Das lass ich nicht im... Nein, das lass ich nicht machen. So nicht, ihr zwei. So, das wär der Ausgang. Sonst noch irgendwas? Nö. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, ist ganz brauchbar. Okay. Einmal speichern und tschüss. Shitting respawning beendet. Wir sehen uns im nächsten Video, wo es heißt Central Processing. Bis dann, Leute. Bis dann.